Der Druck auf Silberkarton ist deswegen außergewöhnlich schwierig, weil das Medium sehr anspruchsvoll ist. Wie man hier sieht, ist es sehr stark changierend, eine sehr glatte Oberfläche. Das Papier ist 200 Gramm schwer und die Fixierung des Toners auf dem Papier stellt die Herausforderung dar. Bei einem OK-Drucker ist das kein Problem. Wir führen über die Universalzuführung das Papier zu. Wir öffnen die gerade Papierausgabe, damit wir den komplett geraden Papierweg des Druckers nutzen können. Sämtliche OKI Farbdrucker verarbeiten dieses Papier problemfrei und in einer außergewöhnlich hohen Qualität mit der ProQ 2400 Technologie. Auch hier sehen wir, das Papier kommt komplett gerade heraus und ist hervorragend in der Druckqualität. ,... ... ...